Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich habe eine Überraschung für meinen Bro Barbaros. Barbaros hat jetzt auch mit YouTube angefangen, Freunde. Seinen Kanal verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Der ist gerade mit Effa da draußen. Wir waren jetzt heute den ganzen Tag zusammen Eis essen und sonst was. Und jetzt habe ich eine Überraschung für ihn, was er noch nicht weiß, Leute. Ich schenke Barbaros, Leute, meine Legria-Kamera. Die hat schon sehr, sehr viel überstanden, durchstanden. Danke für alles, Legria. Und ich habe mir überlegt, die Barbaros zu schenken, da er momentan keine Kamera hat. Und ich hoffe, du freust dich, Digga. Und ich hoffe, du kannst auch was mit anfangen. So Leute, gehen wir jetzt da hin und mal gucken, ob er sich freuen wird oder nicht. Wir wollen eigentlich jetzt kurz Kaufland fahren, Freunde. Und ich tue jetzt so, als ob ich das vloggen würde. Zehen Sie schon? Machen wir auch eine Ausläufe? Ja, Leute, wir sind jetzt hier und fahren jetzt Kaufland. Ich habe mir überlegt, einen Vlog zu machen. Was geht ab, Digga? Kaufland-Vlog oder was? Ja, aber Kaufland-Vlog. Nein, Logisch habe ich eine Überraschung für dich. Ja, okay. Ja, ehrlich jetzt. Ja, Überraschung mit Kaufland. Oh, danke, danke, du bist ja best. Nein, Digga, ehrlich jetzt. Ich habe wirklich was für dich. Greif mal meine Hosentasche hinten rein. Niemals. Mach mal. Nein. Mach wirklich. Ich höre, mach mal. Hä, bist du dumm? Da ist irgendwas für dich. Ich greife nicht da rein. Nein, nein, er soll das machen. Pass-Safe-Karten, safe. Ey, ich weiß nicht, Digga, das ist deine letzte Chance. Greif rein. Greif in meinen Arsch rein. Baby. Hinten. Ja, Bruder, gehört jetzt Dialog. Jetzt mache ich auch im Vlog. Ich hink dir die. Bist du beendet? Nein, ehrlich. Ja, ich kann dir so sagen, dass du das ja nicht. Danke, Lo. Ja, nee, heute ist einer Dings spendabel. Spaß, Mann. Ja, okay. Nein, Spaß, ich checke ich dir wirklich, Digga. Bist du dumm? Nimm mal jetzt. Nein, wirklich, die kriegst du. Was soll ich damit? Vloggen. Jetzt kannst du dann vloggen. Okay, jetzt könnt ihr mir. Leute, jetzt seht ihr demnächst neue Vlogs auf meinem Kanal. Einbaru. Yeah, yeah, yeah. Und Leute, wir fahren jetzt nach Kaufland. Wir sehen uns gleich wieder. Du hast ja was gedacht. Er fängt schon direkt an. Ey, Leute, wie schön Kaufland einfach geworden ist. Ey, ohne Witz, die haben das richtig geil gemacht, jo. Auf jeden Fall habe ich mir ein bisschen zu trinken geholt, Leute. Und da hinten noch einen Dr. Pepper. Ich streame gleich auf meinen zweiten Channel. Zocke eine Runde, eine kleine Talk-Runde noch mit euch. Und Leute, ich hoffe, das wieder hat euch gefallen. Und Digga, ich hoffe, du hast dich gefreut wegen der Kamera. Ja, war toll. Gott, man hat sich nicht mal gefreut. Ey, was ein Bastard. Ehrlich. Am liebsten einfach so die Kamera wieder mitnehmen, Alter. So ein undankbarer Bastard. Ja, was heißt, du wachst euch jetzt. Du sollst heulen, so wie diese ganzen anderen YouTuber. Ja. Oh mein Gott, spiel doch mal ein bisschen. Sag mal. Ey, wie findest du es, ey? Freut dich mal. Ja, ich bin glücklich. Alter, sag jetzt. Ich war mir spaß, Mann, ey. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Schu.